So, hallo Nalle, heute gibt es etwas Spezielles und zwar, ich habe eine Map für euch gebaut. Eine kleine, aber feine Rätsel-Map. Das ist eigentlich schon alles, was man hier so sehen kann. Es sieht ein bisschen verwuchert aus und das Ziel ist es, dieses Bedrock-Tor hier zu öffnen. Ihr könnt die Map runterladen, das Ganze selbst ausprobieren. Ich finde interessant, was ihr dann so für Lösungen raus habt. Wie kriegt ihr das Ganze auf? Ihr dürft keine Blöcke zerstören und euch hier durchbauen oder sonst irgendwas machen. Ich meine, okay, ihr könnt jetzt die Lianen hochklettern. Wenn ihr die kaputt macht, habe ich nichts dagegen. Aber es sollten keine Blöcke, es wird ja eh nichts bringen. Selbst wenn ihr oben rauskommt, außerhalb der Map, ich kann mal kurz die Game Mode 1 machen. Außerhalb der Map ist nichts. Es ist nur eine Flat-Map. Das Einzige, was hier steht, ist ein Command-Block. Und dieser Command-Block, mit dem könnt ihr euch wieder zurück-teleportieren hier rein, falls ihr mal auszusehen. Ja, rausgesprungen seid, nicht weiter wisst. Das hier ist die ganze Map-Bedingung oder die Regeln. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier einen kleinen Command-Block eingefügt. Die Regeln stehen hier, ein Schild. Willkommen zu meinem Rätsel. Ziel ist es, das Badrock-Tor zu öffnen. Du darfst nicht den Game Mode wechseln und du darfst keine Blöcke abbauen. Bitte nicht schummeln. Viel Spaß beim Rätseln. Genau. Es ist fies. Es ist richtig fies gemacht. Ich betone es extra. Wer nicht weiß, wie, der wird sich hier einen abrätseln, glaube ich. Oder hoffe ich mal. Ich hoffe es mal. Der wird sich hier einen Ast beim Rätseln abbrechen und nicht weiterkommen. Es ist fies gemacht. Aber es geht. Wenn man jetzt weiß, wie, ist das in 30 Sekunden fertig. In 30 Sekunden wäre das Tor offen, wenn man weiß, wie. 30, 40 Sekunden. Das wäre kein Problem. Einfach dieses Badrock-Tor öffnen. Es gibt verschiedene Sachen. Die sind ja auf dem Web versteckt, sozusagen. Oh, ein Button. Und es gibt viele verschiedene, oder nicht viele, es gibt eine Möglichkeit, wie man das Tor öffnen kann. Und auch einen eindeutigen Hinweis. Es gibt Schlüssel dazu, wie man hundertprozentig einen Hinweis drauf erhascht, wie man das Ding öffnen kann. Aber es ist wirklich fies gemacht. Man muss es wissen, aber man muss drauf kommen. Und ja, ich will nicht alles mich vorbeck nehmen. Probiert es aus. Schreibt mir eure Lösungen. Was denkt ihr, wie das funktioniert hat? Ich werde vielleicht zu einer Woche ein Lösungsvideo dazu machen. Das heißt, erklären oder das Ganze auflösen, wie das das war. Aber in dieser einen Woche möchte ich euch gerne etwas rätseln lassen. Und ja, mal gucken, wie es dann so kommt. Ob es schwer ist oder ob es nicht schwer ist. Ihr könnt dann immer so einen Zwischenstand schreiben, ob es geschafft hat oder nicht. Aber noch nicht die Lösung, denn andere sollten selbst auch noch weiter rätseln und euch die Lösung schon in den Kommentaren sehen. Einfach nur, was gepackt habt oder nicht. Und ob ihr es schwer fandet oder nicht. Das wäre ein netter Kommentar drunter. Die Welt gibt es zum Download in der Videobeschreibung. Zieht sie euch und probiert es aus. Es ist fies. Ach, ich bin gespannt. So, dann viel Spaß beim Spielen. Und schauen wir mal, was draus wird. Und tschüss. O, dann哪ig ist es für ein Mensch. Bis zum nächsten Mal. Alles. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.